Servus Leute, was geht? Ich bin Hiko Hamazotti und willkommen auf Musikpunch.TV. Ihr Freunde, heute, nachdem ich eben was hochgeladen habe von Seko, dachte ich mir, wir holen uns gerade noch einen neuen Track an. Und zwar, es war Loredana featuring Muzik, keine Ahnung wie das sein mag. Und auf jeden Fall, der Song heißt Brony and Clyde. Wir werden uns den direkt reinziehen. Nass Sonnenbrille, Loredana ist back. Kopfhörer Isda. Legen wir los, jetzt. Okay, ein Flügel. Muzik hat es aufgeschlagen. Scheint was Diebes zu sein. Kann ich mir so gar nicht vorstellen, weil ich habe gehört, Sonnenbrille war halt mir so, also ziemlich cool als Track. Habe ich auch gefeiert, muss ich ehrlich sagen. Aber was Diebes von Loredana. Holy shit. King of Albania, looking for a queen. Nix so. Du bist Bonnie, Bonnie, ich bin Clyde, du bist Bonnie, Bonnie, ich bin Clyde, du bin Clyde. Und wir sind gerade mehr als bei 40 Sekunden. Du bist Bonnie, Bonnie, ich bin Clyde, wir wollen nur das Geld, Gangster Paradise, ey. Ich bin Bonnie, Bonnie, du bist Clyde, ich bin Bonnie, Bonnie, du bist Clyde. Also man kann dir bei Loredana sagen, was man möchte. Die einen feiern sie, die anderen halt nicht. Also ich finde Sonnenbrille schon cool. Habe ich auch oft das gehört, muss ich sagen. Also ich freue mich, dass sie wieder was Neues raushaut. Ob es jetzt so erfolgreich wird wie Sonnenbrille, weil es nicht genau. Aber die Hook finde ich auf jeden Fall sehr ovumlastisch und nice. Du bist Clyde, ich bin Bonnie, Bonnie, du bist Clyde, wir wollen nur das Geld, Gangster Paradise. Oh mein Gott. Million Dollars, Mai, ich bin eine Diva, kann auch anders sein, mach mir nicht auf Dealer, ihr seid alle gleich. Man muss sie wirklich lassen, sie kann flown, auch im ersten Zweck konnte sie wirklich flown. Und finde sie ziemlich krass. Also Autotune ist da, aber das ist heutzutage halt so. Wir haben mittlerweile das Autotune auch anerkannt. Ich feiere Autotune zwar nicht unbedingt, aber in ihrem Fall hört es das wirklich ganz gut an. Also der Beat finde ich ziemlich nice. Beat ballert auf jeden Fall und gefällt mir sehr gut. Video ist auch ziemlich gut, also hier in der Location wechseln und so. Die beiden, Bonnie und Clyde, so ein bisschen schauspielerisch, sind aktiv, gefällt mir. Also Loredana macht auch eine ganz gute Figur optisch, ist ganz nice. Ja, weil sie jetzt jeder kennt, also Sonnenbrille hat mittlerweile, glaube ich, 28 Millionen Aufrufe. Das ist so krass, 28 Millionen Aufrufe mit einem Song. Das ist auf jeden Fall ihr Durchbruch gewesen und ich habe sie gar nicht so verfolgt, hatte ich sie null auf dem Schirm. Durch den Song halt dann auf den Schirm bekommen und bin gespannt, was von ihnen noch in der Zukunft kommen mag. Ich bin heute im Trend, doch wenn ich sein dann nur bei der 2 Euro Gang. Bonnie, Bonnie, ich bin Clyde, du bist Bonnie, Bonnie. Ich bin Clyde, du bist Bonnie, Bonnie. Ich bin Clyde, wie wohnt du das Geld? Gangster Paradise, ey. Ich bin Bonnie, Bonnie, du bist Clyde. Ich bin Bonnie, Bonnie, du bist Clyde. Ich bin Bonnie, Bonnie, du bist Clyde. Also es ist gerade so ein Video, ich bin gerade noch ein Video am Hochladen von Seko. Kann man auch mal vorbeischauen. Dann drehe ich gleich noch was von PA Sports und ich drehe dann noch ein anderes, habe ich schon gedreht. Also ruhig einen Daumen nach oben da lassen und abonnieren, weil dann verpasst du kein Video mehr von mir und machen wir weiter. Okay, die überfallen jetzt irgendwie was. Ich bin gespannt, ob wann jetzt der Glide halt eintrifft, der Musik, ob der auch rappen kann. Ich bin gespannt. Okay, die Stimme finde ich ganz gut von Musik, aber die Sprache kenne ich jetzt nicht. Also ich weiß nicht genau, was das für eine Sprache ist, aber der Akzent ist auf jeden Fall ziemlich nice. Fällt mir das gut, auch wenn ich, wie gesagt, nicht der größte Auditon-Fan bin, aber nichtsdestotrotz würde ich das Lied auch oft erst pumpen, weil die Hook. Übelst urwurmlastisch ist und krass. Also ich feiere hohe Stimme. Loredana, also wenn du das sehen solltest, was du wahrscheinlich nicht sehen wirst, deine Stimme feiere ich irgendwie O-Stimme. Du kannst da wirklich, wirklich, wirklich rappen, im Gegensatz zu manch anderem im Deutsch-Rapp-Bereich. Also feiere ich. Auch sehr krass, wir haben jetzt halb sieben ungefähr, der Song kam vor zwei Stunden raus. Online wird ja wahrscheinlich so am Morgen früh sein oder so, wenn mein Internet leider so fucking lahm ist. Und das Ganze hat jetzt schon 35.000 Daumen nach oben und knapp 700 Dislikes. Also verhältnismäßig krasse Bewertung. So Leute, der Song ist vorbei. Ihr könnt ja mal eure Meinung in die Kommentare schreiben, wie ihr den Song gefunden habt. Würde mich sehr, sehr interessieren, weil Loredana habe ich auf meinem Kanal noch gar nicht gebracht. Würde ich sagen, seht wir uns in den nächsten neuen Videos. Bis heute, macht's gut. Musikpunch.tv Ach ja, bitte nicht vergessen, meinen Kanal zu abonnieren, weil dann verpasst ihr keine Videos mehr von mir. Würde mich sehr freuen, also macht's gut.